Nico Elwedi, einer der konstantesten Abwehrspieler von Borussia Mönchengladbach, hat sich nach der Sommertransferperiode zu seinen Wechselgedanken geäußert. In einem Interview mit der Rheinischen Post reflektierte er über die letzten Monate und betonte, dass er trotz zahlreicher Gerüchte in erster Linie immer den Fokus auf seine Aufgaben bei Gladbach gelegt habe. Doch die Frage, ob er weiterhin in Mönchengladbach bleiben wird oder ob ein Wechsel bevorsteht, bleibt offen und sorgt für Diskussionen. Während der Sommermonate gab es zahlreiche Spekulationen um einen möglichen Abgang des Schweizers, der seit 2015 für die Fohlen spielt. Doch Elwedi räumt ein, dass kein konkretes Angebot auf dem Tisch lag, das ihn wirklich gereizt hätte. Diesen Sommer ist aber nichts gekommen, was für mich interessant war, so der 27-jährige Verteidiger. Die Fans dürften erleichtert aufatmen, denn Elwedi ist ein Schlüsselspieler im Kader und verkörpert seit Jahren Stabilität in der Abwehr. Interessant ist, dass Elwedi gleichzeitig betont, nie explizit gefordert zu haben, den Verein verlassen zu wollen. Vielleicht sollte ich hier noch einmal betonen. Ich habe ja nie gesagt, dass ich unbedingt wechseln will, stellt er klar. Dies zeigt, dass er mit der Möglichkeit eines Wechsels zwar gespielt hat, jedoch keine dringende Notwendigkeit darin sieht. Sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft noch bis 2027, was ihm und dem Verein genügend Zeit gibt, weitere Schritte in Ruhe zu planen. Elwedi fügt hinzu, ich denke, dass es normal ist, dass man sich nach so einer langen Zeit bei einem Verein auch einmal umhört. Diese Aussage macht deutlich, dass nach fast einem Jahrzehnt bei den Fohlen durchaus das Bedürfnis aufkommt, sich nach neuen Herausforderungen umzusehen. Es ist menschlich und verständlich, dass ein Spieler in seiner Karriere über verschiedene Optionen nachdenkt, besonders wenn er wie Elwedi auf eine erfolgreiche Zeit bei einem Verein zurückblicken kann. Doch was bedeutet das für die Zukunft? Wird Elwedi weiterhin die Abwehr der Gladbacher dirigieren oder wird er in naher Zukunft einen neuen Weg einschlagen? Angesichts seines bestehenden Vertrags bis 2027 und der Tatsache, dass kein wirklich reizvolles Angebot auf dem Tisch lag, scheint ein kurzfristiger Wechsel nicht wahrscheinlich. Trotzdem bleibt die Frage, ob Elwedi in den kommenden Transferperioden möglicherweise andere Optionen in Betracht ziehen könnte. Für Borussia Mönchengladbach ist Elwedi zweifellos ein enorm wichtiger Spieler. Seine Erfahrung, seine Ruhe am Ball und seine Fähigkeit, das Spiel von hinten aufzubauen, machen ihn zu einer unverzichtbaren Stütze der Mannschaft. Ein Abgang des Schweizers würde sicherlich eine Lücke in der Verteidigung hinterlassen, die schwer zu füllen wäre. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint Elwedi jedoch voll und ganz auf seine Aufgabe bei den Fohlen konzentriert zu sein. Ich habe mich auf meine Aufgabe hier zu 100% konzentriert, betont er. Es bleibt abzuwarten, ob der Abwehrchef auch in den kommenden Jahren das Trikot von Borussia Mönchengladbach tragen wird. Was denkt ihr über die Situation? Solt Elwedi weiterhin für Gladbach spielen. Oder wir EIN taped in Wechsel für Sane Carriere Symbol. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Schreibt uns. Schreibt uns. Schreibt uns. Schreibt uns. Schreibt uns. Schreibt uns. Vielen Dank.